Hallo Leute und willkommen zur zweiten Folge Badwars auf meinem Kanal. Ja, heute habe ich mal wieder Muharrem dabei. Moin. Der hat gerade einfach runter gehüpft. Und Eren. Ja, moin. Ja, wie gesagt, wir spielen Badwars. Muharrem hat vor aufzunehmen. Man weiß nichts genaueres. Ich denke, er startet auch gleich die Aufnahme. Das Gameplay habe ich ausgeblendet, da Muharrem das nicht wollte, weil bei ihm dann zu viel Rambeck ist. Bei meinem letzten Part von Badwars sind die Kommentare deaktiviert worden, was ich nicht verstanden habe. Es könnte daran gelegen haben, dass ich Muharrems Gameplay eingeblendet habe. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass in diesem Part die Kommis nicht deaktiviert wurden. Und ich würde sagen, wir legen sofort los. So, ich stehe hier vor der 3 vs. 3 vs. 3 vs. 3 Lobby und bin noch im F1. Und ich habe es geschafft, mit der 1-8 zu joinen. Yeah. Dann gehen wir doch einfach mal in die Lobby. Zack. Badwars. 3 vs. 3 vs. 3 vs. 3. Und los geht's. Übrigens, Muharrem und ich machen eine Parallelaufnahme. Das bedeutet, hoffentlich erscheint dieses Video auch auf Muharrem Place. Yes. Ja, hoffentlich. Ich habe schon so viele Aufnahmen gemacht, dass das muss jetzt einfach erscheinen. Also, wenn das nicht erscheint... Ja, egal. Ich sage einfach gar nichts mehr dazu. Und wir warten einfach, dass es losgeht. Yay. Und ich wollte sagen, wir spielen jetzt zum ersten Mal mit Freunden, glaube ich mal. Und vor allem, wir spielen jetzt auch gescheites Minecraft. Ihr wisst ja, mit dieser einversteckten Snapshot da, wo man dann die Portale, die Dimensionen ändern konnte, da hat es richtig viel geruckelt. Da hat sich auch nur 8 GB dran. Jetzt habe ich im Moment ausreichend viel Raum, also 20 GB dran. Das reicht mir vollkommen aus. Und ja, jetzt ruckelt es auch nicht mehr so. Also, ihr seht jetzt auch, es backt nicht mehr. Ja, es wird jetzt ein richtig hart-button. Aber das ist nicht mehr der Programm. Ich habe 8 GB RAM und bei mir ruckelt es nicht. Wie in Minecraft. Minecraft. Übrigens, ich habe erzählt, dass man in der 1.8 mit dem Schwert so eine Art Peace zeigen kann. In der ganz normalen Sicht sieht das so aus. Dann nimmt man einfach nur das Schwert hier in die Mitte. Und in der F5-Sicht, also jetzt auch für Muharrem und Eren, sieht das so aus. Eren, mach mal Peace mit dem Schwert. Rechtsklick. Warte. Rechtsklick. Okay, warte. Hier, cool. So sieht das dann aus. Dann kaufen wir uns mal ein Eisenschwert. Mit dem können wir auch Peace machen. Das geht nicht mehr mit dem Holzschwert. Und Endstone. Endstone. Der gute alte Endstone, wie gestern. Ich erinnere nur. Heute bin ich zum Glück nicht so müde und ja, es tauchen nicht so viele Fehler in der Sprache auf, denke ich mal. Ich check von beiden die Kanäle ab. Link in der Beschreibung. Also, Eren hat noch nichts gepostet. Wird Eren, glaube ich, auch nicht. Aber schaut bei Anton auch vorbei. Yay, danke. Wobei, dann, dann, naja, was brauchst du? Ja, ich kann nur auf dem Handy. Ja, dann, ja, dann. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich kann leider nichts dazu sagen, denn ich bin nicht sprachlos. Ich bin einfach nur lost. Und ja. Herzlich Willkommen bei Sprachfehler mit Muharrem. Ja, ich hab beste Grammatik. Nur mal zur Info. Äh, also, ja, ich, 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 ich mein's ernst, Alter. Ich hoffe, dass die Kommentare unter diesem Part nicht deaktiviert werden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hab jetzt nichts irgendwie auf speziell für Kinder oder so gestellt. Also, ich hab wirklich keine Ahnung. Ernsthaft. Also, äh, nochmal klarzustellen, Anton und ich nehmen Katz parallel auf. Ja. Also, das wurde schon tausendmal gesagt, aber ich wiederhol's mal nochmal. Ja, egal. Es ist wieder ein bisschen chaotisch, aber ich hoffe nicht so chaotisch. Wie, äh, Bedwurst 1.0, das ist ja Bedwurst 2.0, aber egal. Okay, genau. Spaß. Okay. Und Leute, vielen Dank für die 36 Abos. Ich weiß jetzt nicht, ob's 36 waren, aber auf jeden Fall vielen Dank. Mhm. Als kleiner Kanal freut man sich eigentlich über jedes Abo. Ja. Wirklich. Weil, je... Es ist so ein geiles Gefühl, wenn man ein Abo bekommt. Genau, genau. Und je mehr Abos man bekommt, desto höher wird man, glaube ich, auch in der Suche angezeigt, wenn man nach dem, äh, Kanalname sucht. Wie bitte? Wie bitte? Ja, ne Worte. Jetzt 2.0. Oh, Tanks. Jetzt kann ich mir das kaufen. So. Was willst du dir da drauf? Hier ist Stock da. Achso. Äh, Knockback Shop. Ja. Ähm, ja, dann bauen wir uns mal rüber. Ich kaufe mir so ein Bridge-Spawn-Eck einfach. Wie viel kostet das nochmal? 1 Mark. Was? Okay, ich kaufe mir doch kein Bridge-Spawn-Eck. Oh, aber ich glaube, ich habe fast genug Gold für eine Permaa-Eisen-Rüstung. Hm? Ich habe fast genug Gold für eine Permaa-Eisen-Rüstung. Okay. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall, ähm, zum Diag-Generator. Ähm, ja, aber zwar... Was verämmelt. Muschig! Ähm, sorry, ich bin... Oh, nein. Pass auf! Äh, dann pass auf, die feuern was ab. Ach und, an all die sich das gefragt haben, meinem Arm geht's viel besser. Ich baue hier überall komplett so. Okay. Was machst du, ey? Kann ich direkt noch so eine Ruhe kohlen, ey? Ich baue die Brücke einfach gleich aus Endstone weiter. Oder aus Explosionssicher am Glas ist günstiger. Äh, äh, bitte... Oh mein Gott, jetzt sagt er sich, ich fall runter. Ich fall runter. Och Mann, ich passe aber auch nicht auf. Okay, ich geh jetzt einfach... In dem Müttern... Wenigstens hab ich meine Eisenrüstung hier behalten. Ich brauch die Emeralds für einen Trank der Unsichtbarkeit, um die Bay... Um die Basen, ja. Um die Basen von hinten anzugreifen. Deswegen geh ich gleich Emeralds fahren. Hm? Ich geh jetzt einfach mit nem Steinschwert, Mann. Mag nicht so lange warten. Oh, ich hab hier alles zugebaut. Oh, sogar... Ich glaub, der kostet zwei Emeralds. Ich hab zwei für dich. Oh, danke, das ist sehr lieb von dir. Jetzt brauche ich drei Emeralds. Das war ein Liederpuschel. Ja, ich komm gleich. Aber ich hol mir den Trank der Unsichtbarkeit und dann gehen wir zusammen auf Lila, okay? Es gibt gar kein Lila. Was hast du gemeint, Moharam? Das ist rot. Rot, okay. Ich brauch auch... Ähm... Wartet, wartet, ich komm gleich. Einmal Eisenschwert und einmal Tränke. Ich brauch drei. Trank der Unsichtbarkeit. Ich brauch drei. Ich brauch zwei. Ich brauch drei. So, Leute, seid ihr schon dort? Nee, noch nicht. Ich trink dann den Trank der Unsichtbarkeit gleich. Okay. Okay, eins ist schon bei mir. Ich brauch noch einen Emerald. Ich brauch noch einen Emerald. Ja, kauft euch alle Tränke, der Unsichtbarkeit. Soll ich schon mal vorgehen? Ja, dann geh doch dort hin. Das kommt erst in 45 Sekunden. Jetzt... Ja, jetzt 30. Das ist rot. Mist. 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 Nein. Mist. Ah. Ich brauch noch mal zwei Emeralds. Äh. Wenn ich jetzt drei Emeralds hätte, dann... Dann... Wird es nicht passieren. Ich hab einfach direkt genug für'n Eisenschwert. Ach so, äh, wartet. Ich geb' gleich. Okay, jetzt endlich zwei's machen, ey. Oh ja, ich komm' gleich. Und hol' mir auch noch einen. Und zack, einmal auf die Eins. Ich hab' jetzt drei. Nee, drei. So, ich komm' jetzt. Ich kann nicht mehr zu uns. Ich kann nicht mehr zu uns. Da... Da ist ein roter Psychopath, ey. Ich brauch' mehrere Emeralds. Pass auf! Der zieht mit dem Bogen! Anton, pass auf! Anton, pass auf! Anton, er zieht doch mit dem... Ey, dieser rote, da rennt so auf. Ey, dieser rote, da rennt so auf. Ey, dieser rote, da rennt so auf. Vorsicht, 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 Vorsicht! Ich bin gleich da und bin runter. Gelb kommt, Gelb kommt, Gelb kommt, Gelb! Komm, pushen! Gelb kommt, pushen! Der abhaut jetzt! Voll lost, ey! Nein, er kommt! Nee, das ist Bogen, hä? Nein! 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 Elan! Bitte gib mich zurück! Oh mein Gott! Elan? Elan? Warum antwortet er nicht? Achso, bruh! Achso, bruh! Ich hatte grad mein Headset auch... äh, Ding! Ja! Headset, Mikrofon, nix! Und so drum! Ok, 20 Sekunden bitte, schneller! Ich brauch nur zwei! Ich hab gar kein... Schwert bekommen, außer Ding! Und so hab ich ne Sternschwert! Ich kauf mir jetzt das erstmal Waddle! Thanks, thanks, thanks! Äh, ok, hab... Zum Beispiel... Hat jemand zwei Emeralds? Hat jemand... Ich hol mir grad welche, aber ich will mir auch einen Trank der Unsichtbarkeit kaufen! Ja, und ich will mir einen Diamant! Ich hab dir doch einen... Ah, ja! Ah, ja, danke! Oh, Mist, beinahe runtergefallen! Nein, da war ein Bogen! Oh mein Gott! Der darf... Nein, 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 nein! Das ist doch nicht wahr! Okay, ich baue jetzt erstmal den Weg, glaub ich, safe! Schitty, schitty, miti! Mitter, blö, 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 blö. Okay, okay, dann gehen wir gleich hin! Sehr gut! Ich bin schon tot! Sind die schon tot? Bööö! Ich bin schon tot! Achso! So, ich mach mich auf den Weg zu rot! Ich mach mich jetzt auf den Weg zu rot! Wie viel kostet dein Trank der Unsichtbarkeit? 2 Markte! 2 Markte! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Loch! Ja, weiß ich! Ich hab 3 einmal! Dann kannst du dir die Erschwert kaufen! Da kommen Dinger! Ja, ich kauf mir die Erschwert! Nein, Anton! Oh mein Gott, war das knapp! Die Erschwert! Der Rote mit dem Bogen nervt voll! Kann sich da einer vielleicht drum kümmern? Ja, ich kann mich drum kümmern! Ja, wirklich! Aber ich kann mich drum kümmern! Da kommt einfach Not! Nein, dann kann ich mich drum kümmern! Oh mein Gott! Oh mein Gott, nee! Oh mein Gott, nee! Oh mein Gott, nee! Oh mein Gott, Mist! Eine Mistgabel! Ach man, der Part geht schon wieder 13 Minuten! Ach man! Ich glaub, wir sind einfach nicht für Bad Wars gemacht! Mhm! Aber ich glaub, der letzte hat das Display bekommen wegen der Länge! Ja! Wir haben einfach ne halbe Stunde nur Bad Wars gespielt! Ja, deswegen, das macht ja auch irgendwann keinen Spaß beim Bad Wars! Ja, wir sind aber nicht Basti GHG! Außerdem kommt jemand pushen! Mhm! Ich glaub, ich glaub, ich kauf mir einfach nen Bogen! Oder ne, ich kauf mir nen Fire Charge! Hier liegt nen Emerald! Geil, bring ihn mit! Was für viele! Der Muharrem hat doch gesagt, ein Emerald! Dann ist es auch einer! Also, ein! Ja, aber ich hab, äh, ich hab... Der kauft was! Ich kill ihn, woher er was kauft! Ja, ja, ja! Mach, 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 mach! Da ist jetzt, da ist jetzt wieder wach! Wach! Bestimmt, so ist es wach! Hab, hab denn einen gekillt! Final kill! Okay, ich hab erstmal einen kill, leider! Was? Ich hab vier Emeralds! Leute, komm! Was? Ich hab drei, ich hab drei! Kannst du mir einen geben? Ich bräuchte zwei! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ey, ich geb dir einen anderen! Mist, der hat den Fire Charge abgewehrt! Warte, warte! Ich brauch zwei... Ich brauch einen Traktor, also ich war kalt, bitte! Rot! Äh, ein! Oder was? Ein Tag der Unsichtbarkeit! Oder zwei Emeralds! Ach so, ich hab keinen Trank! Hast du... Wie viele Emeralds hast du? Drei! Kann ich zwei haben, oder brauchst du die für ein Dier Schwert? Da! Gibt's schon ein Team? Okay, rot ist nur noch der Bogen-Pusher! Rot ist nur noch der Bow-Pusher! Ja, ist es! Ja! Ich hab jetzt wieder drei Emeralds! Ich hab auch drei! Ich hab schon... Okay, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht von dem blöden Pusher hier getroffen haben! Ich bin zu! Der Pusher Ace auf seiner eigenen Insel, Leute! So, pusht einfach! Pusht einfach! Ja, bin zu Hause! Oh mein Gott! Ich kauf mir jetzt einen Trank der Unsichtbarkeit und greif den an! Ich weiß schon, dass er auf seiner eigenen Insel ist! Trank der Unsichtbarkeit! Und ich hab sogar noch einen Emerald übrig! Könnt ihr haben! Ich hab drei! Ja! Nee, ich brauch aber! Bloß jetzt ne... Okay, okay! Der ist auf seiner Insel! Okay, 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 okay! Okay! Ja! Ist immer sehr gut! Ein guter Anfang! Zack! Trank getrunken! Okay! Go, go, go! Oh nein! 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 Ich hab... Ich bin auch tot! Mist! Ich hab den Trank voll falsch eingesetzt! Ich hab alles verloren! Ich hab jetzt alles in Holz! Nein! Der Rote hat mich runtergeschubst! Aber ich hatte nicht so starkes Equip! Der pusht wieder mit Bogen! Was für ein Bogen! Nee, ich hasse den Bogen! Der hat mich einfach runtergebogen! Der hat die Bogen! Der hat die Bogen! Der hat die Bogen! Der hat die Bogen! Ich brauch einen Emerald! Ich geh mir schnell einen Emerald holen! Aus dem Make! Ich hab zwei Emeralds, aber die... Die brauch ich so nicht! Und ich... Und ich muss jetzt Rache nehmen! Zwei Emeralds hab ich! Oh Gott! kurze Ich switched medicine on the blbut! Skaff mir gleich Einen Bogen und nehmen von Rohweraque! Ja komm mal. Bogen auf Rot! Bogen auf Rot! I hasse Rot auch so alles jetzt grad! Bogen auf Rot? Ne, ne, werd ich Nemes killen! Hast mag's denn, Ari? Wie findet ihr eigentlich Slim Skins? Sollten die Kommentare wieder aktiviert sein, schreibt es mir mal in die Kommentare, wie ihr Slim Skins findet, bitte. Das wäre nett. Danke. Ohne wieder dieser scheiß Pusher. Ich werde ein anderes Team pushen. Mit meinem Invisibility hier dran, ich würde es euch geben. Okay, naja, ich bin nötig. Ich mach mich jetzt auf dem Weg. Hier ist halt einfach alles weggesprengt. Nein, das wusste ich nicht. Hätte ich doch bloß nachgeschaut. Ey, warte mal, man wird mit Rüstung angezeigt. Man kann aber auch die Rüstung nicht abziehen. Das ist doch blöd. Man wird nicht mit Rüstung angezeigt. Wenn du in die F5-Position gehst, dann siehst du's. Alter, warum steht denn? Mann, der Rote nervt. Ich geh jetzt halt jemanden anders angreifen. Ja. Warte mal, was? Was denn? Was? Wut? Ähm. Tepperwut? Ui. Tepperwut? Was? So, wen greif ich an? Hm. Was? Was Blube? Hat jemand einmal was? Ähm. Ich wollte mir mein Dierschwert wieder machen. Vorsicht, der zieht mit dem Bogen. Der zielt schon wieder. Spacko, Alter, ne? Geh weg! Der zielt. So, wen pushen wir? Pushen wir! Vier... Vier Emeralds. Ich traf zu rot! Ich traf zu rot! Vier Emeralds! Was? Wo? Shit, shit! Leute, ich geh auf ein Dia... Ich geh, glaub ich, auf Dia-Rüstung oder Dia-Schwert. Ich mach mir jetzt auch Dia-Schwert. Ähm, was gibt's noch für Rüstung? Dia-Rüstung kostet... Ach, nicht genugs Mark. Okay. Dann einmal... Lost-Dimend-Schwert. Der eine Emerald darf gerne wieder hier rein. Shroud! What? Ich schieße die ganze Zeit! Wie viele Bogen habt ihr? Bögen, Bogen... Keine Ahnung. Wie viele Pfeile heißt das? Aber egal. Ja, äh, Pfeile... Hä? Wen sollt ihr hier machen? Gelb ist ultra stark und grün haben wir keine Brücke. Ne! Hat Grün einen Bogen? Hat Grün einen Bogen? Hat Grün einen Bogen? Hat Grün einen Bogen? Komm, wie du wieder mit Bogen schießt? Oder ein Gagolo? Oder ein Gagolo? Könnt ihr mal kurz schauen, ob jemand einen Bogen hat, bitte? Oder feiert Schatz? Hat jemand... Hat jemand zwölf Gold? Ne. Ne. Was ist zwölf? Ich mein sieben. Nein, die haben einen Bogen. Grün hat einen Bogen. Was? Oh! Oh mein Gott. Okay, wir greifen Gelb an. Die haben zwar die sicherste Base, aber die haben, glaube ich, hoffentlich keinen Bogen. Mist, nicht runterfallen. Der hier spammt einfach mit seinem Bogen. Gelb hat auch einen Bogen. Wir sind... Wir brauchen einen Bogen. Ohne Bogen... Warum brauchen wir einen Bogen? Weil alle Teams einen Bogen haben außer uns. Ja, weil ich... Ja, weil ich mit Bogen sehr gut bin. Nein, nein, nein. Ich bin wieder... Nein, 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 nein. Und ja, ich hatte das Diaschwert. Was mache ich auch? Doch, wirklich. Wenn ich mit Schneeble... Okay, okay. Jetzt reicht es. Ich bin mit Schneeble. Es reicht. Ich liebe mich. Ich würde ihn so gern killen. Mann, ich push den jetzt einfach rein. Okay. Ich kaufe mir jetzt... Ich kaufe mir jetzt einen... Einen ganz normalen... Kauf dir einen Bogen und Pfeile. Pfeile? Pfeile brauche ich aber. Aber ich habe keinen Pfeil. Ja, ich habe kein Gold. Das ist eine mega lange Runde. Wenn nicht, verschiebe ich diese Runde halt auf zwei Parts. Was zwar ziemlich blöd wäre, aber... Ich will jetzt auch keine 30 Minuten Part wieder hier hinhauen. Sonst sind wieder die Zuschauer traurig und disliken. Okay. Okay. Ich habe zehn... Ich habe jetzt zehn Pfeile und einen Bogen. Ich warte kurz, bis ich zwölf Gold habe. Omar, wie viel Gold hast du? Nee. Nee. Er schießt schon wieder. Ja. Ich kaufe mir jetzt einfach Firecharts. Kommt, wir kaufen uns jetzt einfach so viele Firecharts. Kommt, wir kaufen jetzt einfach mega viele Firecharts. Stirb. Stirb, Alter. Stirb. Ich bin doch nicht mit Bogen. Was? Oh, wie kann der das direkt so? Ah, nee. Hm, der hat keine Pfeile mehr. Ja. Ja, 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 ja. Okay, das ist ein Schwachpunkt. Okay, das ist ein Schwachpunkt. Komm, 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 komm. Welcher hat keine Pfeile mehr? Rot? Nee, Rot hat Pfeile. Doch, der hat keine Pfeile mehr. Der wird nicht killen. Der wird unbedingt nur mich killen. Und ich nicht brauche. Hatte ich aber eine Idee. Wir bauen hier jetzt einfach Schutz. Ich baue hier jetzt einfach einen Schutz. Nein! 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 Ich lege... Ich wollte gerade sagen, ich lege mein Eisenschwert in die Truhe. Aber... Ach, Mann. Ich nehme jetzt einfach nur Wolle und baue diesen Weg zu. Da könnt ihr euch so sicher sein. Ich baue jetzt einfach nur diesen Weg zu. Ich baue jetzt nur noch diesen Weg zu. Mir reicht. Was, wenn einer uns angreift? Deswegen baue ich ihn ja zu. Zack. Ich will da Pfeile holen. Oh, Alter. Wer braucht Pfeile? Ich habe jetzt keine wichtigen Items außer meine Wolle. Und damit baue ich jetzt an den Rand vom Weg so einen Schutzwall. Damit Rot uns nicht die ganze Zeit zuspammen. Ja, ich brauche Wolle. Ja, ich brauche Wolle, okay. Und jetzt ist es egal, wenn der mich runterschubst. Okay, wir brauchen explosionssicheres Glas. Man, wie viele Firecharts habt ihr auch? Tut mir leid, dass der Part schon wieder 30 Minuten geht. Geil. Ich habe meine Firecharts einfach verschwinden. Wegen diesem roten Hund da, ey. Wie viel Eisen habt ihr? Oh, ich habe 31. Kann ich haben. Ich will explosionssicheres Glas kaufen. Damit kein Firecharts oft mehr durchkommt. Wie viel? Äh, je nachdem wie viel du brauchst. Danke. Danke, danke. Ja. Ich brauche eh kein Eisen. So, jetzt habe ich 20 explosionssicheres Glas. Der wieder mit Bogen zuspammt. Ne, der bringt... Der bringt... Jetzt... Wehe, die schießen mich runter. B... Jetzt habe ich... Jetzt habe ich wirklich wertvolle Dinge. Wer erschießt doch mich runter. Ich habe jetzt so viel Glas. Shit. Ja, Rot hat versucht mich abzuschießen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Müssen wir mal wieder... Endlich. Oh mein Gott. Der schafft es einfach nicht. Ähm, ich habe doch explosionssicheres... Oh. Ich habe den Boden nicht aus explosionssicherem Glas gemacht. Upsi. So, und ich glaube, ich muss diesen... Oh mein Gott. Er hat mich fast getroffen. Und ich muss dieses Bad Wars, Leute. Tut mir leid, aber auf zwei Parts verschieben. Ich denke, ihr wollt euch jetzt keine 40 Minuten hier unseren Part hier anschauen. Es macht bestimmt auch keinen Spaß mehr, solange euch das hier anzuschauen. Ähm, am besten kauft ihr Glas. Also wenn ihr nichts mit dem Eisen vor habt, dann kauft Glas. Okay. Und dann bauen wir den Weg aus Glas hier komplett neu. Zack. Hey, wie geht das? Wie geht das? Erklär es mir bitte mal jemand. Ich weiß das echt auch nicht. Der regt mich unten. Legs doch in die normale Truhe, damit wir alle drankommen machen. Achso. Und Leute, ich werde das hier auf zwei Parts verschieben. Tut mir leid, dass es schon wieder so lang geht. Wenn ihr mehr Bad Wars sehen wollt, lasst gerne ein Like da. Und ein kostenloses Abo, um keine Videos mehr von diesem Kanal mehr zu verpassen. Das ist BeandertTV. Und tschau.